Nee! Der ist mega ugly, Bro. Der sieht aus wie mein Dick. Was ist das für ein Tier? Oh ja. Ja, Mann. Warum reibt der jetzt Brot? Ah, nee, das ist Käse. Bro, ich hab überlegt, ich hab mit Niklas drüber gesprochen. Niklas macht jetzt eine NoFapWeek oder NoFapTwoWeek, not sure. Ich weiß nicht ganz, wie zieht man das durch? Wenn du halt einfach dich wichst. Ah, Digga! Ey, danke, Bro! Holy Shit! Ja, jetzt macht alles Sinn! Ich hätt aber nicht an, du hast einfach dich dran denken. Ultimate Speed! Junge, einfach Ose-Spieler. Kochvideos mit dir zu schauen ist so wie Sex mit der eigenen Mom.